Ja, Dankeschön! Komm ich jetzt auch wieder runter? Nee, natürlich komm ich jetzt nicht runter. Wieder hoch, meine ich. Tolle Wurst. Guck mal, hier unten ist einer mit Krebs. Da siehst du? Kann ich dir nichts machen, oder was? Kann ich dir nicht in den Weg zu tun? Wir hätten ja auch zusammen hochfahren können. Nein. Nein, natürlich nicht. Ich weiß, da muss ich auch immer alleine befassen. Genau. Wo kam ich hier lang? Kann ich hier alles kaputt machen? Hm. Wie komme ich denn jetzt zu dir? Ich bin egal. Nein, das weiß ich ja. Da komme ich auch nicht an. Achso, ich kann jetzt einfach hier rauf springen. Oder? Ja, dann kann ich einfach hier rein. Aha. Ich denke immer ein bisschen zu kompliziert. Hm. So, jetzt bin ich auch hier. Ach, jetzt kann man hier hoch springen. Ist hier noch irgendwas? Was? Da spreche ich mal hier hoch. Oha. Boah. Ach, mit Kreis kann man auch tauchen. Stand da irgendwie. Aha. Das Netz gemacht. Ach, als kannst du dich da rüber seilen. Ja, ich muss das festhalten. Achso. Von wo denn? Da musste ich auf die eine Kasse stehen. Ah, hier ist auch so ein Seil. Ah, klar. Ja, mach fest erst mal. Hast du gesehen? Ja, ich habe gesehen. Da jetzt, pass auf. Nein, pass nicht auf. Pass nicht auf. So. Moment. Ah, wieder hoch laufen. Die fünf Kilometer. So, aber jetzt. Wiii. Wiii. Jetzt sind wir wieder hier. Wir müssen mal was machen. Jetzt müssen wir wieder zurückgehen. Jetzt, jetzt werde ich den da oben ab. Jetzt kommt der mir nicht davon. Kann ich gar nicht. Da oben musst du eben. Kannst du das so oben abgehen? Was? Bist du jetzt da im Glas? Ähm. Nein, da komme ich nicht hin. Ah, ich glaube, das können wir später erst machen. Jetzt müssen wir auf jeden Fall wieder da hinten hingehen. Kann ich mir nicht. Brauchst nicht das Ding. Ich möchte es. Wie kann man jetzt tauchen? Achso. Ah, dann möchte ich es tauchen. Man muss auf die Luft aufpassen, ne? Was? Warum musst du aufpassen? Auf die Luft musst aufpassen. Da oben in den Herzen gehen jetzt weg. Dann stirbst du. Ach, dann noch. Ja, man kann tauchen wie in Minecraft. Ähm. Man kann auch Sachen brauchen wie in Minecraft. Okay, jetzt muss ich jetzt da nach oben hin. So. Wenn du es mal schaffst. Wo kommst du denn da ans Seil ran? Achso. Wann bin ich hier? Aha. Schiff geentert. Oh, ich mag die Musik. Ja, ich mag sie immer noch, auch nach einer halben Stunde spielen. Okay, ich bin ruhig. Ich will auch so eine goldenen Enterhaken haben. Da enter ich alles. Und ein goldenes Lenkrad will ich auch haben. Das man abbauen kann und eine Mourou benannt hält. Plötzlich. So, Level abgeschlossen. Bam, Port Royal. Freigeschaltet, Fluter Karibik, Fluter Karibik 2, am Ende der Welt, fremde Gezeiten. Ei, ei, Captain. Und Mr. Brown haben wir auch freigeschaltet und Will Turner. Und den Wachhund. Und Captain Jack, nicht? Natürlich. Da 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 da. Also war es jetzt nur ein Spiel Level, glaube ich. Weil da gerade stand, wir haben die anderen Filme alle freigeschaltet. Schatz. Kann ich gar nicht weglucken. Da 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 da. Ah, schon fast 80.000 Münzen. Ah, jetzt kommt der Kompass. Da hat die Bretter gefunden. Da hast du den gefunden. Muschel gefunden. Den Krebs hast du ja nicht mehr gesucht. Oh nein. Oh nein. Warum auch? Warum sagt man den Krebs so? Ach, sie sind da. Auch die Minikids baut sich dann irgendwas zusammen. Ich baut so ein Schiff. Ja, Lovis ist ja auf dem Fußboden. Das schwere dich nicht. Du musst auch draußen sitzen. Wenn dir das besser gefällt. Ja, würde dir das besser gefallen? Oh, draußen? Draußen draußen? Auf welcher Straße? Draußen, außen. Was? Merkomm, außen, draußen. So, geh weiter. Und der nächste. Hebt der dann eine Besucher, oder? Was? 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 Ach so. Weiß ich nicht. Wollte grad sagen, seine Todesliste. Ach, jetzt sind wir in hier. Wie hieß es noch? Tortuga. Glaube ich, ist das. Um sich eine Mannschaft anzuheuern. Ist das Tortuga? Bestimmt. Sieht aus wie Tortuga. Die Musik ist geil. Ach, siehst du, müssen wir da oben vier Leute finden. Für die Crew. Ach, jetzt bin ich echt Captain Jack. Rein mit dem Boot fahren? Müssen wir einen Zaubertrank machen? Ne, ne Keule. Ah, ich hab auch was. Einen Fisch. Kann ich damit schlagen? Boah, echt, kann ich damit hauen? Guck mal her. Oh, krass. Ach, 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 ach. Ach, ach, ach. Ach, ach, ach. Ach, 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 ach. Alter, keine Kraftausdrücke. Was ist das hier? Was ist das hier? So, das kann ich, das kann ich einfach nur kaputt machen. Oh, jetzt hab ich meinen Fisch weggeworfen. Was ist das für ne Kanone? Oh, da brauche ich Feuer. Guck mal, da tanzt da der Typ. Guck mal, da tanzt da der Typ. Einfach als Waffe bestimmt. Weiß ich nicht, ob das noch was bringt. Alles kaputt machen. Kannst hier rausspringen, schaffst du das? Guck mal. Guck mal. Guck mal. Und auch den auch noch. Guck. Ganz easy. Guck mal aufs Dach rausspringen. Guck mal. Guck mal die Leute angreifen. Sehr lustig hier. Kannst du hier was suchen mit dem Kompass? Hä? Kannst du was suchen mit dem Kompass? Guck mal. Mach ruhig aber den Kompass. Der ist dahinter bestimmt. Da kommen wir nicht durch. Ah, lass mich rein. Okay, Kompass wegstecken. Dann will er einen wegstecken. Ach, jetzt sind hier die Fakten für die Kanone. Hey. Olympische Feuer. Hey. 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 Ich hab gewonnen. Guck mal. Was ist das passiert? Mhm. Ach, jetzt kannst du da hin, rauf schießen. Jetzt geht's los. Da bricht sie wieder gleich ab, bevor es tief geht. Du musst dann bestimmt mit Viereck oder so schießen. Man sieht's mit Viereck, steht auch da. Ja, aber wie soll ich das denn machen? Einfach Viereck drücken. Mal ein bisschen höher als hier. Ach, du doch schon. Ach, das ist erst mal. Da siehst du doch rechts der Bildschirm. Ja, Entschuldigung, ich hab nur auf meinen Dings gelegt. Ja, jetzt ist auch. Das war's schon. Ich sag ja Leute, das kann lustig werden. Mhm. Mhm. Hehehe. Fraum, steuer umgeheuer trifft auch für Kanonen zu. Hehehe. Hey. Nicht gegen's Mikro. Feuer. Das brauchen wir wieder Feuer. So, was haben wir noch Schönes? Oh, ich mach einfach, ich holz den ganzen Wald hier ab. Du hast einen Affen? Ja. So. Einen Affen hätte ich gerne als Haustier. Ja. Ich mein, wer würde nicht gerne einen Affen als Haustier haben? Kann ich mir nicht vorstellen, dass einer nicht will. Hammer. Du sitzt auf der Couch und dann hast Bock auf was zu trinken und der holt dir das dann. Mhm. Also einen dressierten Affen und nicht so einen riesen Gorilla, ne? So einen Kleiner, der auf der Schulter sitzen kann. Das Besseres gibt's gar nicht. Wie Pippi Langstrumpf? Hä? Pippi Langstrumpf, wie ein Affen? Na, wie du auch so einen kleinen Affen? Wie, der große Onkel heißt der doch gerade, hä? Weiß ich nicht. Wie Pippi Langstrumpf? Auf jeden Fall sag ich jetzt nicht, ja, ich will einen Affen wie Pippi Langstrumpf. Ein solcher Strumpf wie Pippi Langstrumpf? Hä? Auch nicht so eine Strumpf. Doch, das ja. Da ist das Pferd. Ja, ich muss aus dem Affen. Hier brauchen wir einen Hammer. Ach, du hast die Axt dabei. Ja, aber das ist klar. Ach, du hast eine Axt im Welfen, das ist kein Hammer, ne? Das sieht ziemlich gleich aus. Kannst du da rauf rein? Mal das auch. Heißt?